Hallöchen liebe Freunde, herzlich willkommen zum brandneuen Part von Donkey Kong Country. Es geht weiter mit D.K.O. und D.D.R. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Ich freue mich und jetzt machen wir die Affenbande. Die Affenbande ist ein bisschen schwer, das Level. Ihr werdet sehen, warum. Weil, erstens, hier kommt eine ganze Zeit eine Biene. Nein, die Biene hat mir meinen Plan kaputt gemacht. Du blöde Biene, warum? Wieso, warum sind Bienen manchmal so scheiße? Ja, die Welt hier ist eigentlich mega geil, weil erstens, die spielt hier in dem Intro eine große Rolle. Wow. Und zweitens, die ist eigentlich geil, aber auch scheiße, weil die hat hier die meisten Bonusräume. Also, das ist ohne Scheiß, die hat glaube ich 5 Stück oder sowas. Und die anderen haben meistens immer so 2 oder 3 oder sonst irgendwas. Und das ist hier gleich mal 5. Und wir haben unseren neuen Kumpel, unseren guten Vogel Strauß. Der eigentlich auch nur bis jetzt in einem einzigen Donkey Kong vorkam. Also, in einem einzigen Donkey Kong Country, nämlich dem hier. Äh, im zweiten Teil ist, hatte er nur seine Rolle. Wow. Äh, hatte er seine Rolle nur in dem, in der Game Boy Advance Portierung des zweiten Teils. Und jetzt wiege ich hier rüber. Bin weinah gestorben. Und hier versteckt sich das allererste Bonusding. Und Espresso kommt gar nicht durch die Tür. Düdydum. Jetzt müssen wir die Sachen öffnen. Und wir haben es geschafft. Ist das nicht toll? Ja, wunderbar. So. Nächstes Bonusding. Das ist ein bisschen versteckter. Und zwar, wir müssen jetzt... Wow, dieses... Warte mal, ich bring das mal um. Äh, äh, auch absteigen, bitte. Nein! Du blöder Krokofiechi da. Mann, jetzt... Wow! Uuuh, ha, ha. Ey, das mit diesem... Diesen Verräteraffen. Das sind alle Verräteraffen hier. Das ist nämlich, äh, Kingi Kong, glaube ich, hieß der, oder? Irgendwie, ich weiß gar nicht, der erinnert mich irgendwie sehr stark an Lankikong aus, ähm... Ma, äh, Donkey Kong 64. Irgendwie hat er, er hat da Ähnlichkeit mit dem. Hm. So. Und der hat sich... Äh, der sind wir auch für lustig. Der hat, der hat halt uns verraten an King K. Rool. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat er da für extra Bananen bekommen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Aber trotzdem ist das ein Verräter. Und der gehört auch nicht mehr zur Kong-Familie. Der hat... Der heißt zwar auch Kong. Wow, die scheiß Bienen hat mich gerade erschrocken. Ähm. Der heißt zwar auch Kong, aber gehört nicht mehr offiziell zur Kong-Familie, weil der halt halt ein Verräter ist. Ganz einfach. So, jetzt... Muss ich... ganz runter, hier an die Seite. Zack. Und rüberfliegen. Weil hier ist das nächste Bonus-Ding. Jawohl. Yes. Geil. Jetzt Buchstaben-Wiehen wir den guten Winky. Ja, da ist ein N dabei und ein K und auch ein Y. Ist das nicht super? Toll. Ja, 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 ja. Da haben wir den ersten. Jetzt kriegen wir eins für Rambi. Wow. Das war knapp. Das Blöde ist, man darf ja nicht aus Versehen doppelt auf die Buchstaben kommen, weil dann zählen die als doppelt. Jetzt kommt, glaube ich, Espresso, ne? Ne, En Garde. En Garde schreiben wir jetzt. Cool. N Muss ich das nehmen oder muss ich das nicht nehmen? Weil jetzt kommt echt das Bonus-Ding. Egal, ich nehm's. Wir kriegen wieder Leben. Ist das nicht toll? Ich lebe Leben. Also, Freunde, Leben sind immer toll. Ich hab grad kein Thema, über was ich quatschen kann. Doch, ein Thema könnte ich quatschen. Und zwar, ich habe mir mal ein bisschen was durchgelesen über Donkey Kong und die Entstehungssache. Weil, äh, eigentlich ist ja bei den N64, äh, nicht N64, bei den Super Nintendo ist ja eigentlich nur Sprites. Also, da sieht man eigentlich nur so eine Pixel-Sprites bei allen und so weiter. Sei es zum Beispiel, ähm, na, das ist eigentlich Pixel-Sprites. Und sieht man zum Beispiel bei The Legend of Zelda zum Beispiel Link to the Past oder Mario und so weiter. Und bei Donkey Kong sehen die aus wie echte Affen. Das liegt daran, ich hoffe, ich erzähl's jetzt richtig, ähm, die Rare hat ja dieses Spiel gemacht und so weiter. Und die haben Sprites gezeichnet. Richtig krass gezeichnet und so weiter. Dann haben die die Fotografie abfotografiert und haben's dann irgendwie geschafft, das ins Spiel einzubringen und so weiter. Mega geil und so weiter. Es kriegt halt nur Rare hin. Und das konnte nur Rare, wäre ja besser gesagt. Naja. Schade, es ist, schade, dass die echt nicht mehr dafür Nintendo arbeiten. Das ist so schade. Wirklich, die haben geile Spiele gemacht, haben wirklich tolle Sachen gebaut und so weiter. So, jetzt muss ich grad mal gucken. Jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich hier runter. Jetzt muss ich hier runter. Aber den brauch ich Espresso noch? Ich glaube nicht. Warte mal, den nehm ich jetzt mal mit. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Der erste war, glaube ich, hier. Ja, der ist der erste Bonus. Der nächste Bonusraum. Zack. Und wie darfst du da drin? Ein G. Hallo, G. Und wir können denn weiter. Jawohl, jetzt geht's weiter. So, her. So, jetzt muss ich. Jetzt muss ich sterben, weil ich einfach mal auf den Reifen gebounced habe. Mann, oh. Das gibt's doch nicht. Wie fies. Ey, das war jetzt fies. Wehe, die ganzen Sachen zählen jetzt nicht. So, jetzt wieder rüber. Ich sagte rüberfliegen und nicht runterspringen. Mann, on guard. Äh, ne, on guard. Ne, es ist ja Espresso. Wollen sie auch einen Espresso? Einen schwarz-weißen Espresso? Wer hat die Anspielung verstanden? Keiner bestimmt. So, jetzt nimm ich mir Didi mit. Es ist mir jetzt egal. Jetzt fliege ich hier rüber. Jetzt fliege ich hier rüber. Leck mich armadisch, du scheiß Donkey Kong-Verschnitt da. Oder Donkey Kong-Verschnitt. Nein, Espresso, bleib doch hier, du blöder Vogel. Nein! Blödes Viech. So. Darf ich jetzt meine Ruhe haben? Danke, weil hier ist auch eins. Hier ist nämlich auch eins drin. Ein Bonusraum. Was ist denn hier? Achso, ja. Din, 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 Bananen. Halt die Bananen nicht mit. So, der letzte, der letzte Bonusraum ist kurz vor Ende. Das heißt, ich muss jetzt hier aufpassen. Den Typen erstmal voll krass umbringen. So, stirb. Jetzt nimm ich mir nämlich das Fass hier mit. Das Fässchen, das Fässchen. Muss ich nur aufpassen. Wo war ich? Oh ja, hier noch einer. Nö. Zack, durch! Und der letzte Bonusraum. Hallo, Espresso. Nein! Ich kann keinem Kind eine Straße noch machen. Jawohl! 41 Leben ist das geil. Oh Mann, ich hab's 100%. Und tschüss. Jetzt haben wir 100%. Komm. Ja, ich hab damals, wo ich das erste Mal das gespielt habe, hab ich das nie geschafft, das 100% zu schaffen. Also diese Welt. Ähm. Und dann hab ich irgendwann, also in Kindheitstagen, hab ich das nie geschafft. Und dann hab ich das irgendwann nochmal gespielt, halt, wenn ich ein bisschen älter und reifer wurde. Und dann hab ich's geschafft, halt, wie ihr sagt. So. Jetzt kommen wir zum Markt Austern. Mögt jemand Austern? Ich mag überhaupt keine Austern. Ich hab da so Schiss, da irgendwie zu essen oder sonst irgendwas. Es soll ja angeblich schmecken, was ich für die größte Lüge aller Zeiten halte. Weil, Austern? Nee! Fisch? Ja, Fisch soll auch lecker schmecken. Hab ich auch noch nie probiert. Aber Austern? Nein. Jetzt treibt die mich noch mit der Perle an. Danke. Ich mag zwar Perlen, aber nicht, wenn die mich angegriffen werden. Wenn ich angegriffen werde. Wow! Weg da. Lasst mich bitte durch. Ich bin wichtig. Zack. Ach ja, die Perle sieht schon richtig cool aus. Wisst ihr eigentlich, wie die Perlen entstehen? Ich weiß, das ist jetzt eigentlich voll das spannende Thema. Wow, wie entstehen Perlen? Spendem, das kennt... Wir haben damals auch Galileo geguckt, als die Perlen erklärt wurden. Ja, sorry. Ich brauche doch Gespr... Aua! Ich brauche Gesprächsstoff. So. Und zwar, Perlen entstehen dadurch, wenn... Ähm... Wenn Dreck in die Muschel reinkommen und so weiter. Dadurch... Wie gesagt, da kommt halt... Da kommt halt... Es ist eigentlich nur Dreck, was wir so toll finden. Eigentlich war lustig, weil Menschen sammeln ja gerne Perlen und so weiter. Und wenn die wüssten, oder wenn sie... Wenn sie sehen würden... Na du... Muss man so einen Perlensammler mal sagen, so... Alter, du weißt schon, dass du nur... Dass du nur Dreck sammelst. Was? Nein, das ist kein Dreck. Das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Blöder weißer Hai. Eigentlich müssten die uns voll zerfleischen, oder? Oh, guck mal, da ist ein Affe. Der ist freiwillig unter Wasser gegangen. Ist der blöd. Ham! Das müsste ein weißer Hai eigentlich denken, wenn er uns sieht. Aber tut er nicht. Ein Fröschli! Der Zweite. Alter, die hat ganz schön viel Dreck gefressen. Dieser Oktopus ist pink. Und hat mich gekillt. Ist er auch pink, oder? Ne, lila. Doch, ist pink. Keine Ahnung. Pink, lila. Eins von beiden. Und ich verkack gerade in der Unterwasserwelt. Bin ich so schlecht geworden. Ich habe keinen Skill mehr. Na gut, den Skill hatte ich noch nie gehabt. Aber... Warum fail ich eigentlich so krass bei dem Spiel? Das ist irgendwie nicht mehr witzig. Ich bin eigentlich gut in dem Spiel. Eigentlich. Aber eigentlich ist relativ. Oh, Mann. Nein, nicht schon wieder. Ach doch, komm, du blöde, fette Viech. Ich glaube, der gleiche hat mich gerade erwischt. Oh, guck mal, der ist schon wiedergekommen. Ham! Und Winkly! Wir wieder Bonus. Wir kriegen wieder Bonusleben, liebe Freunde. Bonus-Time. Kommt her, ihr lieben Fröschliess. Dem. Ich liebe Frösche. Aber keine, die mich vergiften. Und sonst was. Jalalala. Wusstet ihr eigentlich, dass es wirklich Frösche gibt, die einfach giften können? Die sollen eines der tödlichsten Viecher überhaupt sein. Es gibt ja, wie gesagt, Tiere, die so giftig sind, dass sie uns Menschen töten können. Aber es gibt natürlich auch Wesen, oder besser gesagt Tiere, die haben auch zwar ein Gift, aber sind für uns nicht so giftig so. Und genau zu den giftigsten Tieren gehört natürlich ein Frosch. Ein ganz kleiner Mini-Frosch. Der guckt dich einmal an, quarkt dich an und dann bist du tot. Naja, natürlich jetzt nicht so krass, aber muss man sich mal vorstellen. Der guckt uns an, quarkt und tot. So. Boah, sieben Leben. Geil. Geil, Mann. Ich sehe gar nichts. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, nö, schade. Aber das ist gut. Das ist 48 Leben. Was will man mehr? Ja, ich weiß. Ich weiß, man will eigentlich 49 Leben haben. Toller Witz auf der ganzen Welt. Ich glaube, ich bin tot. So, du gehst mal weg. Du schöne Perle. Du schöne Perle. Ich finde, das sieht aber wirklich geil aus. Donkey Kong ist nicht. Ich brauche Donkey. Ich bin tot. Jetzt wehe, du greifst mich wieder an, du blöder Hai. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Lass mich in Frieden. Ich will nur hier rumschwimmen. Jetzt kommen wieder die Octopussis. Geh weg, du Octopussis. Da kommt ja noch einer. Seit wann sind da drei? Oh, da ist das G. Und ich habe ein Angie. Angie in the house. Angie. Ha, Angie. Oh Gott. So. Jetzt ist die Welt fast fertig. Es fehlt ja noch eine Welt. Aber ich glaube, ich mache die ganz zum Schluss. Also, ich mache die, ähm... Also, die Welten kompletieren, mache ich kurz bevor ich zu King K. Rool gehe, glaube ich. Weil, es dauert dann zu lange. Jetzt müsste ich jetzt mal eine Stunde lang wieder überlegen. Wo war das Bonus-Fass? Ich weiß das nicht mehr. Deswegen mache ich alles Sachen komplett zum Schluss. Also, alle Welten, die mir zum Schluss fehlen, werden zum Schluss gemacht. Das ist doch mal ein Wort. Das machen wir. Aber so lebe ich gerne und so poppe ich auch gerne. Was? So. Wir gehen jetzt zum Endboss dieser dritten Welt. Und zwar Bumblebee Rumble. Nämlich eine große Biene. Das ist, glaube ich, die männliche Könige. Das ist, glaube ich, der männliche König. Bam! Und mit Didi ist der am einfachsten. Weil, ihr seht ja, Didi hält ja das Fass nach vorne. Und, ihr müsst einfach nur warten, bis die Biene kommt. Die kommt nämlich automatisch. Und fliegt volle Kanne gegen euch rein. Deswegen ist dieser Bosskampf hier für Didi eigentlich am einfachsten gedacht. Du, 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 du. Ups. Warte, ich muss mir ganz kurz am Auge kratzen. Oder reiben. Warte mal. Ja, am Auge kratzen. Hm. Klar. Kratz dich mal ins Auge. Dann hast du erst mal ein paar Schmerzen in den nächsten Tagen. So. Biene, komm runter. Bumble. Bumblebee. Bumblebee. Komm her, Bumblebee. Boom. Und du lebst immer noch. Warum lebst du immer noch? Aber das ist wirklich die ganze Form. Mehr macht er gar nicht. Der springt hin und her. Ich sterbe wieder mal. Geil. Bäm. Voll in die Fresse. Und Donkey Kong freut sich erst mal. Guck mal, ich hab ne Biene gekillt. Ich hab ne Biene gekillt. War cool, Mann. Aber die lebt ja noch. So. Oh nein. Oh nein. Nicht der Gletscher. Nicht der Gorall... 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 Was? Gorilla Gletscher. Und nicht der Korallengletscher. Oh Mann ey. Der ist schwer. Und ist euch was aufgefallen? Das Schiff, was da hinten kommt, das ist das Schiff von King K. Rool. Und es kommt immer näher, je mehr Welten wir abgeschlossen haben. Und jetzt sind wir... In der Welt vier. Und die ist sauschwer. Man merkt den Unterschied jetzt zu der dritten Welt. Diese Welt ist noch schwerer. Und das fiese ist... Ihr seht ja hier... Drei... Ne, warte mal. Wie viele Welten? Eins, zwei, drei... Ich glaube vier Welten sind vor Candy. Das ist so fies. Candy Kong kommt erst ganz spät hier in dieser Welt. Und ich wette, hier verliere ich meine ganzen Leben. Erster Tag. Bonus Welt da oben. Ich muss echt überlegen, wo hier die Bonus Welten waren. Oh, wieder Winkli. Winky. Winky. Warte mal. Winky. Das war da. Jawohl. Winky. Mein lieber Frosch. Ich habe es wieder mal geschafft. Yes. So, jetzt passt auf. Ich werde hier in dieser Welt Augenkrebs kriegen. Das weiß ich jetzt schon. Zack. Und noch Leben. 49 Leben, Alter. Ich werde die so schnell verlieren hier in dieser Welt. Eigentlich ist in diesem Gorilla Gletscher die erste Welt am schlimmsten. Die anderen Welten... Ja, die gehen, sag ich mal so. Also die sind jetzt... Es gibt schlimmere Welten, sag ich mal so. Und jetzt fängt es schon an. Jetzt fängt es an zu schneien. Aber bin ich froh, dass ich gerade im Sommer aufnehme. Weil ich finde Schnee eigentlich schön. Aber wenn der so lange liegen bleibt, da hat man keinen Bock drauf. Ernst ehrlich. Zack. So. Und dass Donkey Kong eigentlich nicht friert, wa? Mit seiner kleinen Krawatte, die er anhat. Der hat nichts weiter an als eine Krawatte. Ah! Oh Gott, das will. So, zack. Hier gibt es auch noch eine coole Abkürzung. Aber ich hoffe, ich werde die finden. Ich glaube nämlich nicht, dass ich die finden werde. Wow! Hier gibt es eine Abkürzung, die es einen ziemlich einfach macht. Die ganze Welt hier. Aber ich glaube nicht, dass ich die finden werde. Ich habe die auch schon mal öfters gefunden. Aber... Okay, jetzt habe ich den ersten Teil geschafft. Alter, jetzt kriege ich Augenkrebs. Erstes, zweites Bonusfach. Äh, Bonus... Bonusfach! Alles klar! Nein, Mist. Scheiße. So, jetzt geht es los. Jetzt kriegen wir alle Augenkrebs. Weil der Schnee, der ist so scheiße animiert. Na gut, was heißt animiert? Na gut, er ist ein bisschen blöde gemacht. Alter, das tut jetzt schon weh. Alter, ich sehe fast gar nichts. Ja gut, weil es halt, wie gesagt, so pixelig ist. Dann muss ich jetzt nicht eigentlich... Nee, Mist, warte mal. Halt, halt, halt. War das nicht hier unten? Nee, war nicht. Doch, war hier unten! Öh! Öh, hier war noch eins? Hier war noch ein Bonus-Ding? Öh, geil, hab ich voll vergessen. Nein! Scheiße! Da war ein Bonus-Ding? Okay, cool. Ich habe noch ein Bonus-Ding gefunden. So. Eieieiei! Alter, das war gerade knapp. Nein, halt. Und zack! War irgendeiner Biene war das gewesen. Warte mal, war das nicht sogar hier? Nee, es war da nicht. Scheiße! Irgendwo war das so gewesen, da kannst du... Kurz, da ist eine Biene und du musst nach unten steuern. Das heißt, also du gehst nach unten und kriegst da... Hast du eine Möglichkeit, die ganze Welt abzukürzen. Jetzt muss ich das finden. Weil dann spare ich mir einige Leben. Ach nee, komm, wegen Comedy-Sache wäre es noch geiler, wenn ich das... Wenn ich das so mache. Ich glaube, ich mache das dann so. So. Aus Comedy-Gründen mache ich das jetzt. Ich versuche erstmal, alles alleine zu schaffen. Man schafft das. Oder war die nicht sogar hier? Warte mal, ich will... Ich gucke, ich werde sowieso nicht alles finden, glaube ich. Äh, nein. Oh Gott. Wenn man zu lange wartet... Oh Gott, jetzt dreht sich das auch noch, ey. Alter, das dreht sich alles hier. Weil es gibt hier eine Möglichkeit, damit du wirklich... Und wenn du zu lange... Aua. Wenn du zu lange wartest, dann dreht sich die... Also kommt es mir zumindest so vor. Dann dreht sich nämlich die Biene mit. Und mit dem Fass mit und so weiter. Dann hast du richtig hier Arschkarte. Nein, nein. Wo bin ich? Äh, was? Warum... Wie jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Die Biene hat mich nicht erwischt. Irgendwas hat mich erwischt, aber nicht die Biene. Die Biene hatte mich nicht erwischt. Äh, Mann, ich... Ah, Gott. Was ist zu viel? Was ist zu weit? Nein. Nein, durch die beiden Adler durch. Ich glaube es nicht. Äh, Geier. Keine Adler. Das sind keine... Keine Geier. Mann, es sind Geier, aber keine Adler. So, jetzt habe ich es. Oh, Mann, ey. Das wird eine richtige Scheiße hier. Zack, rüber. Den auch nochmal. Was machen Geier eigentlich in einer Schneewelt? Na, ohne Scheiß. Das müsste noch viel zu kalt sein. Ah, nein, die sind hier. So, jetzt hier rüber. Zack. Wow, das war beinahe zu schnell. Oh, Gott. Nein. 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 Ah, ich will es mir eigentlich ersparen, das Ganze da. Ich will mir das eigentlich hier die ganze Sache ersparen. Aber es geht nicht. Wow. Alter. Alter. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, ich habe gerade überhaupt nichts gecheckt. Oh, cool. Das hat geklappt. Das war doch schon mal schön. So, jetzt nochmal. Das hier. Nein. Ach, Scheiße. Hier werde ich mein ganzes Leben verlieren. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, 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 Mann. Freunde, das war es wieder für heute von Donkey Kong Country. Für den Super Nintendo. Bis zum nächsten Mal. In dem nächsten Part werden wir den Schneefass-Gletscher-Level vielleicht schaffen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es im nächsten Part den Game Over geben. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschö, bitte.